Es ist so, dass die Fans natürlich in der Summe gar nicht so viel Geld aufbringen können, dass wir 2,8 Millionen noch schließen können. Aber das, diese ganze Emotion, das Herzblut, was dann da in die Stadt nochmal reingeflossen ist, das hat so viele nochmal dazu bewegt zu sagen, Mensch, kleine, mittlere Unternehmen, wir machen auch nochmal mit und jetzt kommen wir auch nochmal zum MSV. Und meine Mitarbeiter, mein Lieferant, der sagt mir, Mensch, du musst mal beim MSV. Und das ist zurückgeflossen und die haben gesagt, komm, jetzt machen wir auch mit. Und das hat uns dann echt dazu nochmal verholfen, dass wir nochmal richtig zulegen konnten und die Lizenzierung mehr oder weniger im Großen und Ganzen aus eigener Kraft zu schaffen und nicht wieder neue Darlehen und nochmal wieder aufschiebende Dinge und nochmal was Stunden und alles das, was in den letzten Jahren immer so gang und gäbe war, davon haben wir uns weitgehend verabschieden können.